Welches System ist das Beste? Feudalismus, konstitutielle Monarchie, parlamentarische Demokratie, Kapitalismus, Sozialismus, Gottesstaat, Anarchie. Im letzten Jahrhundert gab es vor allem drei große Systeme, die den Menschen erklärt haben, wie sie leben sollen. Aber was ist heute davon übrig geblieben? Leben wir in einem postideologischen Zeitalter, in einer Welt ohne große Erzählung? Was gibt uns heute Orientierung und wie reagieren wir auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts? Hallo zusammen! Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV! 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert nennt der israelische Historiker Yuval Noah Harari sein neues Buch. Nun, wir schreiben das Jahr 2019 und es ist Zeit, sich mal damit zu befassen, was jemand wie Harari über unser Jahrhundert schreibt. Drei große Erzählungen beherrschten das 20. Jahrhundert. Die des Faschismus, die des Kommunismus und die des Liberalismus. Nun, alle drei Ideologien sind Geschichten, die uns das Verständnis der Welt erleichtern sollen, aber auch auf die Herausforderungen der Gegenwart antworten sollen. Der Faschismus wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945, besiegt. Der Kommunismus nach 1989. Und als letzte und einzige Erzählung blieb der Liberalismus übrig. Francis Fukuyama sprach ja damals vom Ende der Geschichte, weil es nun keine drei oder zwei Systeme gab, die gegeneinander antraten. Demokratische Systeme gewannen nach 1989 gegen brutale Diktaturen. Freies Unternehmertum siegte über Planwirtschaft. Auch wenn nicht alles perfekt war, wusste man doch, was zu tun war. Mehr Freiheit wagen, Menschenrechte stärken, freie Wahlen, freie Märkte. Diese Individuen, Güter und Ideen sollten sich so frei wie möglich bewegen. Und Frieden und Wohlstand werden sich dann früher oder später einstellen. Nach 1990 wurde diese Erzählung zu einer Art globalem Mantra. Die liberale Geschichte war alternativlos. Nun war die liberale Bewegung nicht von Anfang an eine, der es um die ganze Welt ging. Großbritannien etwa wurde liberal, aber es behandelte seine Untergebenen und seine Unterworfenen in den Kolonien alles andere als liberal. Aber die liberale Geschichte verbreitete sich dann über den Globus, über die flache Erde, wenn ihr so wollt, und wurde auf mehr und mehr Menschen angewandt. Gleichzeitig fand man, dass der Kommunismus seine eigenen Vorteile hatte, nämlich denen die Herzen zu wärmen, indem er eine Art soziale Sicherheit einbaute. Und so übernahm der Liberalismus kommunistische Aspekte in Form von sozialdemokratischer Wohlfahrt und verband sie dann mit Demokratie und Menschenrechten. Ja, heute, wo Länder wie die Türkei oder Russland oder China andere antiliberale Systeme ausprobieren, offenbar mit Erfolg, sieht es anders aus. Wir fürchten die Möglichkeiten, die vor allem China hat, trotz der großen Eingriffe des Staates in die Freiheit des Individuums. Zugleich gibt es eine Rückkehr oder eine Sehnsucht nach alten hierarchischen Strukturen und antiglobalistischen Nationalismus und Protektionismus. Die Kritik am Liberalismus lautet nun, entweder, dass er seine eigenen Voraussetzungen nicht schützen kann, dass offene Grenzen und grenzenlose Intoleranz zur Zerstörung der liberalen Gesellschaft führen werden oder, dass er bloß eine kleine Elite fördert und die Massen links oder rechts liegen lässt, beziehungsweise sogar zu ihrer Ausbeutung beiträgt. Auch die liberale Wellenanschauung ist nun diskreditiert. Also, 1938 gab es drei Erzählungen, 1968 nur noch zwei, 1998 nur noch eine und 2018, 2019 gibt es gar keine mehr. Die große Desillusionierung. Und genauso wie die Sowjets 1989 gar nicht verstanden, warum ihre Wahrheit nichts mehr galt und die Geschichte sich anders entwickelt hatte, als es für sie ja vorherbestimmt war, verstehen heute die Liberalen nicht mehr, warum sich die Welt nicht nach dem globalen Mantra, Demokratie, Rechtsstaat, freie Märkte, freie Wahlen, freies Unternehmertum, Menschenrechte und so weiter entwickelt. Ein Grund liegt in der technologischen Entwicklung und in neuartigen, disruptiven Technologien, die ganze Branchen zerstören oder zumindest ins Wanken bringen und eine Revolution herbeiführen. Zum Beispiel im Bereich der Informationstechnologie und in der Biotechnologie. Das Internet, künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie, Biohacking, all das könnte nicht nur Märkte und Gesellschaften umstrukturieren, sondern sogar unsere Körper und unseren Geist, also die gesamte Condition humaine an sich. Die disruptiven Technologien greifen weniger ins Außen ein, wie zum Beispiel die Ingenieurkunst früher, sondern in unser Denken und Fühlen. Sie geben uns eine Art Kontrolle über unser Innenleben. Wenn wir jetzt verstehen, wie man ein Gehirn hackt, wie man neurochemische Prozesse auslöst, wie man Gedanken evoziert, wie man das Unterbewusstsein knackt oder wie man psychische Krankheiten heilt und so weiter, dann haben wir einen neuen Zugang zum Menschen und zur Gesellschaft überhaupt. Das ist aber auch ein Zugang, der so neuartig ist, dass er, wenn es zu Problemen kommt, unser mentales System zu einem totalen Zusammenbruch führen kann. Diese Innovationen sind nun, wie immer in der Geschichte des menschlichen Fortschritts, von Erfindern und Erfinderinnen gemacht, die sich der politischen Implikationen nicht bewusst sind. Regierungen selber stehen aber auch völlig außerhalb dieser Entwicklungen und wissen gar nicht, ob und wie sie eingreifen sollen. Die technischen Entwicklungen und die technische Disruption ist kein Punkt auf der weltpolitischen Agenda. Wir diskutieren über Migration, über Grenzen, über Krieg, über Klimawandel, über Arbeitsplätze und so weiter. Angesichts solcher Neuerungen fühlen sich dann eben viele Menschen immer irrelevanter auch. Globalisierung, Blockchain, Gentechnik, künstliche Intelligenz, selbstlernende Maschinen, das alles lässt den normalen Bürger bedeutungslos erscheinen. Das macht eben auch jetzt die liberale Geschichte bedeutungslos. Der Liberalismus war die Geschichte der gewöhnlichen Leute, denn er hielt die persönliche Freiheit für wertvoller als alles andere, auch für das Gemeinwohl. Aber in einer Welt der Cyborgs und der Algorithmen wird diese Geschichte vielleicht keine große Rolle mehr spielen, die Geschichte von individueller Freiheit. Dagegen könnten sich eben dann die nächsten Empörungswellen richten, wenn die Aufregung über globale Migration ein bisschen abgeebbt und in geordnete Bahnen gelenkt wurde, auch über die richtigen Ventile wie populistischen Parteien und Massendemonstrationen in richtigen Bahnen gelenkt werden, wird sich dann die nächste populistische Bewegung vielleicht nicht mehr darum kümmern müssen, wie die kapitalistischen Herren die Arbeiterheere ausbeuten und nicht mehr darum, wie die Politiker ihre Untertanen ausbeuten, sondern darum, dass die Machtelite für die normalen Menschen gar keine Verwendung mehr hat. Heute stehen wir ja in einer Art ideologischem Vakuum. Das Trump-Phänomen, auch der Brexit und der Nationalismus, auch der Nationalismus der osteuropäischen Staaten, das sind Reaktionen auf dieses Vakuum. Man hat den Glauben an die Universalisierungskraft des Liberalismus verloren. Vielleicht ist der Versuch auch gescheitert, Demokratie und Rechtsstaat mit Bomben und Drohnen zu exportieren. Vielleicht sollte man sich auf sich selbst besinnen und vielleicht sollte man das eigene Land zuerst groß machen, bevor man sich überhaupt um die Globalisierung und die globale liberale Idee kümmert und Weltpolizei spielt. Vielleicht sollte man sich vor den Leuten abschirmen, die aus illiberalen Ländern kommen und über kurz oder lang vielleicht illiberale Regierungen an die Macht wählen werden und damit den eigenen liberalen Rechtsstaat von innen her zerstören. Vielleicht sind auch transnationale Versuche skeptisch zu sehen, weil sie eben der Machtelite in Brüssel zum Beispiel nur mehr Verfügungsgewalt geben und Souveränität abbauen. Vielleicht sollte man sich überhaupt von der Idee verabschieden, es gäbe eine globale Vision, wie die Menschen leben sollten und einfach anerkennen, dass die Chinesen anders denken und die Russen anders denken und die Iraner auch wieder anders denken. Vielleicht sollte jedes Land seinen eigenen Weg wählen. Vielleicht sollte man ferne und sehr komplizierte Probleme wie die künstliche Intelligenz oder den Klimawandel hintanstellen und erst dann für sichere Jobs und eine gute Infrastruktur sorgen. Was ist dann aber mit den globalen Problemen? Wer kümmert sich um die, wenn nicht wir selbst? Der Liberalismus scheint da keine klaren Antworten zu haben auf die Probleme, die jetzt zum Beispiel Klimawandel oder technische Disruption stellen. Vielleicht kann das freie Unternehmertum am ehesten Innovationen hervorbringen, die Lösungen für diese Probleme anbieten, weil es mehr Anreize gibt. Aber was, wenn nicht, wird sich der Liberalismus dafür neu erfinden müssen, wie er es ja schon in den 1930ern und in den 1960ern getan hat. Oder wird er wieder alten Ideen, zum Beispiel einer neuen Religiosität und Traditionalität, einem Kollektivismus und einem neuen Nationalismus weichen müssen? Oder wird er den Weg des Faschismus und des Kommunismus gehen und ganz zugrunde gehen? Und es wird erst eine neue Geschichte erzählt werden müssen, die ihre Macht erst noch entfaltet? Wir wissen es nicht, sagt Harari, und daher befinden wir uns eben in einem nihilistischen Moment der Desillusionierung und des Zorns. Die Menschen haben ihren Glauben an die alten Geschichten verloren, es ist keine mehr übrig geblieben, und sie hören noch keine neue. Noch. Das ist das Stichwort. Juwal-Nummer Harari betont, dass das keine Untergangsgeschichte sein muss. Wir können nicht sagen, ob alles zugrunde gehen wird. Panik ist eine Form von Überheblichkeit, nämlich die Überheblichkeit zu denken, man wüsste, wie es weitergeht, nämlich in den Untergrund des Abendlandes und in den Abgrund. Und anstatt andauernd vor der Apokalypse zu warnen, wirbt Harari dafür zu sagen, nein, das ist es nicht. Die Wahrheit ist, ich verstehe einfach nur nicht, was gerade in der Welt vor sich geht. Ja, und mit dieser Haltung kann man erst mal weitermachen und produktiv danach suchen, welche Lösungsmöglichkeiten und welche Geschichten sich jetzt anbieten werden. Über diese Lösungsmöglichkeiten und über andere Probleme, die wir im 21. Jahrhundert gestellt bekommen werden, werden wir auch in den nächsten Videos sprechen, wenn ich euch die anderen Kapitel von Juwal-Noah Hararis Buch 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert vorstelle, über das Gefühl der Menschen, in der Zukunft immer bedeutungsloser zu werden, aber vor allem auch als Arbeitnehmer. Ja, darum geht es übrigens auch in dem nächsten Video, das sich mit der Arbeit im 21. Jahrhundert beschäftigt. Das können Unterstützer auf Patreon übrigens bereits sehen, dieses nächste Video Jobs. Das war es für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst den Algorithmus rauchen, liked, teilt, spendet. Links zu PayPal und Bitcoin sind in der Beschreibung und Unterstützer werden könnt ihr ab einem Dollar im Monat sogar auf Patreon. Da gibt es viele zusätzliche Videos, Podcasts und Texte und zudem könnt ihr auf Patreon über das Thema des nächsten Monats abstimmen. Link ist in der Beschreibung. Ebenso wie ein Link zu Amazon, der Amazon Affiliate Link zu Juwal-Noah Hararis Buch, also auf Englisch, gibt es aber auch auf Deutsch. Wenn ihr es kaufen wollt und den Link benutzt, bekomme ich von Amazon ein paar Prozente gut geschrieben und ihr könnt Kaiser TV also unterstützen und klüger werden. Was will man mehr? Ich will Integrationsgestalten. Ja, und kommentiert irgendeinen Quatsch. Ja, wie seht ihr das? Wie seht ihr die Entwicklung? Hat der Liberalismus ausgedient? Oder steht seine große globale Zukunft noch bevor? Oder brauchen wir eine neue Geschichte? Schreibt es in die Kommentare. Ich lese sie alle. In einem Altersheim, in einem Altenheim, in einem Altenpflegeheim mit einem Game. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Niemand hat die Hoheit über gar nichts. Niemand hat die Hoheit über irgendwas.